hallo und herzlich willkommen zurück hier zum planer landwirtschaft und wir haben jetzt hier zwei felder in arbeit auf dem einen wird gerade fleißig nie wurde gerade fleißig noch gesät da wirkst jetzt die wintergerst heran auf dem anderen ist das wachstum fast fertig und ist eine krankheit ausgebrochen im kleinen kuhstall da muss natürlich mal den tierarzt herbeirufen und da bauen wir eben hier milchtanks damit die milch auch irgendwie ordnungsgemäß hier mal gelagert wird weil irgendwie traue ich dem ganzen laden noch nicht so und irgendwann brauchen noch mehr bauplatz aber jetzt können wir erstmal hier die wintergerste ernten denn die ist reif und die sieht natürlich auch sehr lecker aus hier sieht irgendwie gar nicht nach gerster aus wenn ich mich fragt ernten kann ich aber nicht weil warum kann ich nicht ernten keine einlagerung möglich das heißt wir müssen hier in den ganzen karton mal hier umstellen auf wintergerste auch dass man so noch machen und dann nehmen wir hier den mädelischer und dann den hier kollege und dann ab geht's kapelle da hat er der lässt ecken stehen was mit dem los ist kein bock mehr so dann können wir hier wieder dünge ausfahren gülle ausfahren können wir nicht dann können wir hier wieder gülle ausfahren damit der boden sich ein bisschen erholt so und los geht's und wir schauen mal auf die marktpreise hinter gäste steigt schauen wir noch mal okay jetzt haben wir probieren hier wir haben ja wie viel haben wir denn überhaupt auf lager wir haben auf lager winter 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 wintergerste war also milch haben wir da aber und dann haben wir noch wintergerste 15,9 tonnen dann nehmen wir nämlich mal weil dann können wir nämlich mal hier so ein handelsmarktauftrag annehmen der wintergerste haben möchte nämlich hier 4800 für 1,89 ist ein scheißpreis kriege ich auf dem markt einen besseren das kann ja haha das kann ja mal sowas von knicken hier dann bleiben wir halt drauf sitzen so strohballen pressen können wir nicht weil die maschine können wir nicht kaufen weil so weit sind wir noch nicht also unterflügen los geht's abkapelle hier zack und die maschinen müssen langsamer pflegen los geht's und schauen wir auf den marktpreis hinter gerste 26 normal und was haben wir für angebote wintergerste wintergerste 1,89 summe strafe lieferung das ist alles kompletter quatsch joa können wir also entweder auf dem markt verkaufen achso wir können hier saatbettbereitung schon wieder machen und da sieht man auch die qualität der arbeit die ich da gerade erledige ne das ist so voll grün gewesen das heißt der kollege kann das und ist damit zufrieden und wir können jetzt nichts aussehen weil wir haben ja winter wir schauen mal wieder ein bisschen auf den handelsmarkt naja und wir haben wieder ausgewachsene tiere da können wir ja gucken als was wir die verkaufen können oh süß äh kuh kaufen nee kuhdetail haha ne die geben aber keine warum geben die keine milch verstehe ich nicht jungtiere die können wir verwalten die anderen packen wir in den stall wunderbar so aufgabe noch lange nicht erfüllt warum ist der pc eigentlich jetzt so laut ich hoffe ihr hört das nicht zumindest hier allzu laut so was sind wir denn achso aussehen dann wollen wir mal gucken wann können wir denn wieder sehen märz nein märz 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 ok ab märz das heißt äh in der zeit liegen die Felder offenbar brach aber das hier können wir leider nur ernten und es fängt an zu schneiden auch das noch äh sehr gut und wir dürfen nicht pleite gehen hier ne also wir müssen dann irgendwann müssen wir mal verkaufen und was wir noch so haben wir haben die Wintergerste und Milch so äh was haben wir denn jetzt schon wieder ah ja die Wintergerste können wir nicht einlagern weil wir haben nicht genug Lagerkapazität dann gehen wir mal hier auf das kleine Silo wir haben hier auf das kleine Silo und sagen auch hier Wintergerste und jetzt können wir die nämlich ernten so hat ja auch was zu tun ja aber Strohbeinpassen können wir wie gesagt noch nicht weil dafür haben wir keine Maschinen und die Maschinen bekommen wir erst wenn wir das Geld erwirtschaftet haben das heißt ich sollte wirklich erstmal eben hingehen und den Lagerbestand verkaufen oder? äh Handelsmarkt oh Wintergerste ist eingebrochen oh 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 hätte ich besser vorher verkauft dann schauen wir mal ah aber jetzt können wir den hier annehmen 4300 Kilo und nehmen wir an so wie geht das jetzt? macht ihr das jetzt automatisch oder was? oder muss ich das da hinbringen oder? bis wann ist denn der Auftrag zu erledigen? bis zum 1.5.2014 das kriegen wir ja hin so dann gucken wir mal wie wir das machen müssen also Lager Wintergerste nicht verkaufen Fahrzeuge auch nicht ich habe keine Ahnung wie das geht ob der die aber abholen tut er die nicht ne? das wir selber machen was? gucken wir meistens hier in eine Stadt oder so wo wir das hinfahren können hier sind die ganzen Ventilatoren ne? da brauchen wir auch nicht hin da haben wir eine Map unserem Hof ja hier schön mit den den Fenstern dass man sehen kann wo das ist aber das war jetzt irgendwie an den Markt kommen oder so das sehe ich jetzt nicht aber Milch könnten wir vielleicht mehr verkaufen nicht dass wir hier pleite gehen so was haben wir denn hier an Fahrzeugen die was transportieren können also die Getreide transportieren können Zweiachskipper das wäre sowas ne? damit könnten wir vielleicht Sachen zum Markt bringen und gebraucht können wir kaufen aber wir haben keinen Platz mehr schauen wir mal ob wir hier ein bisschen umdelegieren können und Geräte umparken so was haben wir denn hier? wir haben hier was was vier breit ist da haben wir was was eins breit ist wir haben hier was was zwei breit ist das hier ist auch zwei breit aber zu hoch der hier ist zwei breit der ist auch zwei breit tun wir den noch dahin und jetzt können wir möglicherweise noch einen Kipper kaufen wir haben gebrauchten oh das ist aber gut hier großer Trecker gebraucht 54 aber erstmal gucken dass wir hier mit der Ernte das wir transportieren können kaufen ist denn hier Großstädter bin ich? was soll das denn heißen? so wie kriegen wir denn jetzt die Mission erfüllt? Handelsmarkt angenommen zack immer noch nicht wie machen wir das? das ist eine gute Frage und wir haben schon wieder eine kranke Kuh Tierarzt so da werde ich vielleicht bis zum nächsten Mal mal gucken müssen wie wir das machen können können Lager ja wie geht das? wie geht das? wie geht das? hm Hilfe haben wir auch nicht Ballenpressen können wir auch nicht und wir haben hier die Menge die wir brauchen um den Auftrag zu bedienen oder 16.000 und als Auftrag haben wir angenommen Handelsmarkt da Wintergerste 4 Tonnen haben wir alles da ein super Preis würde wir dafür jetzt kriegen da auch haben wir angenommen tja wie machen wir das? ich weiß es nicht irgendwie müssen wir jetzt hier die den hier ans Laufen kriegen in Verbindung mit dem Gartenhäuschen oh guck mal hier kann man auch bauen hier noch in Verbindung mit dem Silo oder so müssen wir das irgendwie ans Laufen kriegen hm wo ist denn der Opa wenn man den mal braucht? ah mal lieber mal gespeichert tja lassen wir mal eben bis März weiterlaufen weil da können wir ja weiter anbauen und dann habe ich bestimmt bis zum nächsten Mal rausgefunden wie man das macht und dann gucken wir mal eben was wir hier anbauen so besten Preis kriegen wir derzeit für Sommergerste und Weizen Sommergerste Sommergerste und gib Gaskapelle und auf das Feld hier achso da wollen wir jetzt noch Gülle fahren warum habe ich das eigentlich beim letzten Mal noch nicht gemacht? da haben wir die ganze Zeit Zeit für total verpeilt hier was? ich kann mir das nicht leisten ach du Kacke dann müssen wir also Milch verkaufen oder so uiuiui wir haben keine Milch dann müssen wir von dem Weizen was verkaufen äh wir brauchen für den Auftrag großartig der Hof ist nun schuldenfrei ja ich hab gehört dass ein Großinvestor vorhätt bald einige Felder als Baufläche zu nutzen die Felder musst du unbedingt kaufen bevor das der Konzern geht der Opa hatte auf den Feldern damals ein paar Sachen verbuddelt die nicht so ganz koscher waren besser das könnte nicht ans Licht äh äh verbunden und vergessen kaufe Parzelle äh können wir gar nicht ist ja viel zu viel zu teuer im Moment was kriegen wir denn da? Windräder können wir dann bauen da können wir eine Solaranlage bauen und ein großer Hackstriegel für gegen Unkraut so Gülle ausfahren wollten wir also los geht's hiermit, damit und äh den Kollegen und los so unsere Kühe hier warum die keine Milch mehr geben ist mir irgendwie ein Rätsel soll die schon wieder besamen oder was? Tatsache aha es können immer nur 5 Kühe trächtig sein oder was? ok den haben wir schon mal im Wachstum hier sehr gut aber den Auftrag haben wir ja noch nicht erfüllt ne? kriegen wir einen dicken Malus oder so aber jetzt ist vielleicht mal der Punkt gekommen wo ich mal ins Handbuch gucke da muss es ja drin stehen dafür habe ich das ja extra bekommen hier das Handbuch so und da steht nämlich drin äh Fahrzeuge Lagerbestand Handelsmarkt im Handelsmarkt kannst du dir die aktuellen Handelspreise äh was? der erzeugt wenn du einen angenommenen Auftrag nicht erfüllen kannst und ihn kündigen wir mal Achtung die Stornierung der Auftrag kostet Geld ja wie man einen Auftrag erfüllt steht hier nicht Ansehen und Angebote von Firmen entgegennehmen Achtung die Stornierung eines Auftrags kann mit erheblichsten Kosten verbunden sein versuche also immer die Aufträge auszuführen solltest du die nicht schaffen ist es besser einen Auftrag rechtzeitig zu kündigen als vereinbarte Termine nicht einzuhalten ja das nützt mir nix wenn ich nicht weiß wie man den ausführen kann ok also das kriegen wir raus irgendwie bis zur nächsten Folge ich hoffe ihr schaut da wieder rein ich hoffe ich habe euch soweit gut unterhalten hier im Planer Landwirtschaft wann die nächste Folge kommt seht ihr wie immer seine Plan ich würde mich freuen wenn ihr dann wieder reinschaut bis dahin gilt ja schaut mal wieder auch die anderen Folgen im Kanal an und bis bald macht's gut tschüss